Hallo Freunde, mein Name ist Anas und zwar heute habe ich euch ein sehr besonderes Thema für jeden, der sehr wichtig sein kann. Denn in ein paar Tagen startet das Warsen 2.0. Ich bin übertrieben gehypt. Falls du neu bist, lasst kurz das Like und Abo, wenn du mir so sehr freuen. Ich erzähle gerade nur die Infos, die ich bekomme von meinen Freunden und die ich auch bei den Leaks gelesen habe. Ja, falls ich das gesagt habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ich was Wichtiges vergessen habe, dann schreibt es gerne. So, also ich habe für euch heute ein paar Stichpunkte und natürlich ein paar wichtige Sachen. Alles erstes fangen wir direkt mit wichtigen Sachen. Wann kommt das Warsen 2? Offizielle Datum. Ist am 16.11. wir vermuten alle um 19 Uhr. Aber es gibt noch einen Punkt Leute, sehr sehr wichtig für euch. Der Preload startet am 14.11. um 19 Uhr. Ja, das heißt, wir können das Spiel zwei Tage bevor das Release herunterladen auf unsere Konsolen. Und am 16. gegen bestimmt 18, 18, 30, 19 Uhr direkt damit starten. Ich versuche natürlich live auf Twitch, gerne dort ein Follow da lassen, dort heiße ich X1 TV. Und wie gesagt, alle meine Plattformen sind alle unten verlinkt. Sehr wichtig für euch. Wie viel Gigabyte hat das Spiel? Wenn, also seitdem ich das gelesen habe, oder wo ich das zerr gelesen habe, dachte ich mir, ich hole mir ein neues Playstation. Einfach zweites Playstation, nur für dieses Spiel. Nur für Warsen. Für Warsen 1, Warsen 2. Also das ist einfach Geisteskant. Ihr müsst so rechnen mit 120 Gigabyte. 120 Gigabyte, das ist einfach eine neue Speicherplatte. Ihr braucht eine neue Speicherplatte für das Spiel, ja? So, da kommen wir zu dem vierten Punkt. Das Spiel ist für jeden Plattform erhältlich. Playstation, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Xbox Series und natürlich PC. Das Spiel ist natürlich auch Crossplay und Free-to-Play. So, da kommen wir zu diesem Stichpunkt Free-to-Play. Okay, es ist nicht jeder, für jeden ist es Free-to-Play. Wer Playstation Plus hat oder Live-Xbox, bis jetzt wurde noch nicht bestätigt oder noch nicht darüber gesagt, um man diesen beiden Sachen brauchen, um das Spiel zu spielen. Bei der ersten, ich habe kein Playstation Plus, kann man trotzdem spielen. Ja, aber für jeden, der das nie hat, muss 25 Cent bezahlen. Ja, bestimmt fragt ihr euch, okay, das Spiel ist kostenlos, warum muss ich trotzdem 25 Cent bezahlen? Weil du keinen Playstation Plus hast oder Xbox Live. So, da sind wir einen Punkt angekommen, wo die alle wichtigen Sachen erzählt wurden. Wie gesagt, am 16. kommt das raus und Pre-Load startet am 14.11. Ganz, ganz wichtig. Das ist für euch ein sehr wichtiger Punkt, den ich euch jetzt erzähle, was es im Game geben wird. Oder auch eine Map. Ich habe bis jetzt leider keine Map-Lies gesehen. Das kann euch leider nicht liegen. Oder besser gesagt, ich kann euch leider nicht zeigen, weil ich weiß halt nicht, ob das Fake ist oder echt. Wisst ihr, weil ich sehe so viele Maps unterschiedlich, das weiß ich selber nicht. Ja, und ich will euch auch nicht verarschen. So, also, ihr bekommt eigene Waffen über Kaufstationen. So, zweiter Punkt, keine Packs zum Starten. Dritter Punkt, neuer Cop Gulag, da habe ich echt Bock, wie das aussieht. Ähm, genau. Dann kommt Ernährungs-Chat, Modern War 2 Movement und mehr NPSS. Also hier schreibe ich euch natürlich die Wörter, alles. Ne, und Wasser und Fahrzeug. Mit dem Wasser war das bei der ersten Sie, also bei der ersten Wozeln, ja, wenn du auf dem Wasser landest, stirbst du. Kennt man ja, wenn man auf dem Meer landet, in diesem Spiel, stirbt man. Ich bin sehr gespannt, was bei Wozeln 2.0, weil hier steht dick und fett geschrieben, Wasser und Fahrzeug. Da bin ich mir sehr, 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 sehr gespannt. Und ich muss mal sagen, Leute, das war eigentlich alle wichtigen Informationen, die ihr, bevor ihr das Spiel runterladen, wissen müsst. Und, ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch informieren, teilt das Video, lasst euch vorne da, werdet ihr euch sehr freuen. Und bis zum nächsten Wozeln für die, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das aussieht. Wie gesagt, ich versuche an diesem Tag live zu kommen oder natürlich direkt ein Video zu machen. Und wir sehen uns nächstes Mal.